Hallo und herzlich Willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir drei Aktien von der 10x Watchlist. Willkommen zu LVMH, aktuelle Marktkapitalisierung 343 Milliarden Euro, ein aktuelles Kursgewinnverhältnis von 22 und eine Dividendenrendite von ca. 1,8%. LVMH schauen wir uns zuerst im Chartverlauf an, zurück bis 2019, 2020. Auf der einen Seite haben wir hier mal diesen Aufwärtstrend intakt, der war zuletzt verletzt und gebrochen. Wir sind jetzt aber heute mit diesem satten Kursanstieg von knapp 13% wieder drüber gegappt und das wird auch gleich die Basis der nächsten Analyse, denn es gibt jetzt hier ganz klar ein Level, wo wir LVMH nicht mehr drunter sehen wollen, meiner Meinung nach. Wo wir die Aktie drüber sehen wollen, hier kurz bis mittelfristig, das ist folgendes Cluster und zwar ist das hier der Bereich und da haben wir auch in der letzten Analyse darüber gesprochen, dass sie hier ausbrechen muss über die 760 Euro und da sind wir aktuell jetzt drüber. Damit sind wir auch wieder zurück über dem 23er Fibonacci, der gesamten Rally seit dem Corona-Tief, nachdem wir uns hier beim 38er Fibonacci jetzt einen wunderschönen Doppelboden gebaut haben. Zu diesem Doppelboden sage ich auch noch gleich was im nächsten Clip. Also LVMH jetzt hier mit einem sehr interessanten Signal heute auch durchaus viel Volumen drauf. Was aber auch dazu zu sagen ist, wir sind jetzt hier von überverkauft am 17. Januar mit nachher insgesamt Kursanstiegen um 21% in Rekordzeit von überverkauft auf überkauft. Das ist kein frisches Kaufsignal meiner Meinung nach, aber so ein massiver Momentum-Thrust kann dann durchaus eben dazu führen, dass wir jetzt hier mild abkonsolidieren und das ist jetzt auch gleich die Basis für den nächsten Clip. Und solange jetzt dieser Aufwärtstrend halten kann bei LVMH, halte ich Dips hier durchaus für eine Kaufgelegenheit. Was ich aber nicht sehen möchte, ist, dass wir in dieses Gap abtauchen. Das muss jetzt ein Runaway-Gap bleiben. Du darfst konsolidieren, du darfst es backtesten als Support, aber reinfallen, das wollen wir jetzt hier nicht mehr. Ansonsten haben wir hier die Struktur Impuls. Da muss man das Ganze hier wirklich langsam auch als Korrektiv möglicherweise abhaken, um dann eben nochmal den Impuls zu sehen. Gerade dann eben in Kurse auch unter 650 Euro bis potenziell eben dann doch in die Zone um 590 bis 500 Euro. Heute wunderbarer Impuls bei LVMH mit freundlichen Zahlen. Wir schauen uns das Ganze jetzt im Detail an und ob hier möglicherweise auch ein Pattern versteckt ist. Und zuerst möchte ich jetzt mal was sagen zu diesem Doppelboden, den LVMH hier gebaut hat. Wir haben hier den Support auch in der letzten Analyse eingezeichnet bei etwa 655 Euro. Da war die Aussage, keine Kurse drunter. Jetzt ist natürlich hier das Gegenargument, naja, der hat uns ja hier einen Kurs drunter gezeigt. Am Mittwoch, den 17. Januar sogar einen Tagesschlusskurs drunter. Aber dabei muss man immer sagen, und der Spruch ist auf dem Kanal auch schon häufig gefallen, es ist nicht die erste Preis-Action, sondern es ist, was der Markt in der Folge draus macht. Also schaut euch vor allen Dingen bei so Blue Chips wie LVMH nach so einem potenziellen Bruch unter Support. Vor allen Dingen, wenn man dann hier am überverkauftesten ist, immer die Follow-Up-Preis-Action an. Und die Follow-Up-Preis-Action war hier eindeutig. Wir haben hier unten einen Tagesschlusskurs gesehen, aber am nächsten Tag sofort wieder nach oben gegappt. Und das war dann hier auch der Trigger für die Rally. Das sind immer wichtige Punkte. Habt die extrem wichtigen Levels auf dem Schirm, aber gerade bei hochsoliden Aktien und Blue Chips habt nicht beim allerersten Trendbruch sofort den Finger auf dem Trigger, sondern schaut euch hier im Kontext einer extrem überverkauften LVMH immer nochmal den nächsten Tag an, ob der Markt nicht das Level doch zurückerobert. Was wir uns hier jetzt einzeichnen können, ist eine Harmonic-Bewegung. Und zwar sehen wir hier natürlich die Welle A rauf zum B, runter zum C, hier entsprechend der Doppelboden. Und jetzt sind wir hier eben in der Impulswelle D. Wir zeichnen uns das jetzt mal als volle Harmonic ein bis zum 88er Fibonacci. Und das würde uns dann sogar ein Target anzeigen von 870 bis 880 Euro. Und wir legen uns aber natürlich auch entsprechend das Fibonacci drüber. Und da sehen wir, dass wir heute voll aus dem 23er Fibonacci ausgebrochen sind. Wir sind auch jetzt am 50er Fibonacci. Das heißt, wir sind auch durchs 38er Fibonacci gebrochen. Im Extremfall müsste man hier LVMH sogar erlauben, diese 700 Euro abzuholen. Also nochmal das 23er zu backtesten. Das wäre das absolute Max-Paint-Szenario aus bullischer Sicht. Aber wichtig wäre mir jetzt wirklich, dass dieser Aufwärtstrend, nachdem wir ihn jetzt zweimal gebrochen hatten, um hier wirklich nur extrem wieder drüber zu squeezen, wirklich hier intakt bleibt. Meinetwegen ein kleiner Dip drunter. Aber diese Bewegung, die ich im letzten Clip eingezeichnet habe, die möchte ich hier ungern gebrochen sehen. Und dann kann man diese Zone in diesem Bereich um 750 bis etwa 710 bis 700 Euro als neue Akkumulationszone nochmal betrachten für LVMH. Wenn die uns hier nochmal runterkommt, um hier zu konsolidieren, dann kann man damit rechnen, wenn das vor allen Dingen hält und wir dann wieder über die 760 Euro ausbrechen, dass das Ganze dann durchaus in Richtung 800, 850 Euro laufen kann, wo wir heute abgeprallt sind. Und das ist jetzt mal für den Moment auch noch wichtig, ist hier die 200-Tage-Linie. Wenn wir jetzt natürlich hier ganz flach konsolidieren bei den 760 Euro, wäre das auch extrem bullisch für die Aktie. Kann man nicht anders sagen. Dann target 800 auch bis 850 Euro. Deswegen habt es jetzt mal auf dem Schirm. Heute sind wir nach oben gegappt und zwar massiv. Das muss jetzt hier der Boden gewesen sein für LVMH. Was wir jetzt sehen können, wäre ein milder Dip auf die 760 Euro. Und diese Zone, was wir aber ebenfalls auch sehen können, wäre ein etwas schärferer Dip hier runter, um den Trend nochmal anzutesten. Aber massiv und vor allen Dingen dauerhaft Kurse unter 740 Euro unter diesem Bereich, das möchte ich bei LVMH jetzt nicht mehr sehen. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Kommen zu Nike. Aktuelle Marktkapitalisierung 155 Milliarden US-Dollar. Ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 3. Ein derzeitiges KGV von 30. Bei einem erwarteten KGV von 24. Und einer aktuellen Dividende von ca. 1,4%. Nike schauen wir uns zuerst an zurück bis 2019, 2020. Auf der einen Seite haben wir mal diesen Aufwärtstrend auf dem Schirm seit dem Corona-Tief. Da sind wir mit den aktuellen Kursen noch ein Stück weit von entfernt. Das wäre etwa noch ein Pullback um 96 bis 92 US-Dollar. Wir haben aber in der letzten Analyse auch darüber gesprochen, dass diese 100 US-Dollar hier sehr gerne halten dürfen als Support. Und für den Moment hat Nike diesen Support verteidigen können. Aber es ist hier ein Abwärtstrend intakt. Und zwar hier seit den Tops im November 2021. Habt das mal auf dem Schirm. Und da sehen wir jetzt gerade, wir schauen uns den Bereich auch noch im Detail an. Da sehen wir jetzt genau dran an diesem Abwärtstrend. Denn das ist hier ein kleines Dreieck, was sich hier aufbaut bei Nike. Entweder sehen wir jetzt hier den Breakout. Dann kann sich die Aktie erholen zurück in den Bereich um 112, 120 US-Dollar. Hier ist dann auch eine gewaltige Kurslücke, in die wir hier eintauchen können. Im ganz großen Bild müsste sie natürlich hier neue Hochs ausbauen, um dann wirklich die Rallye freizuschalten in Richtung 130. Potenziell 142 bis 145 US-Dollar. Aber allein schon hier diese Situation bei den 100 US-Dollar ist hochspannend. Dann habt ihr hier definitiv auf der Watchlist. Und wenn hier nochmal der Abwärtstrend regieren sollte, wenn wir nochmal tief runterkommen, dann muss meiner Meinung nach, aber das schauen wir uns jetzt auch gleich im nächsten Clip an, diese Zone hier halten zwischen 96 und 92 US-Dollar, weil wir eben ansonsten hier den großen Trendbruch bekommen. Und dann sehen wir die Aktie meiner Meinung nach mindestens nochmal im Bereich der Tiefs. Die Zielzone zur Downside wäre sogar zwischen 78 und 65 US-Dollar. Also habt ihr es mal auf dem Schirm hier, die 100 US-Dollar gerade lokal bei Nike sind hier hochspannend, habt aber auch definitiv hier diesen Abwärtstrend im Chart. Und jetzt sind wir hier im aktuellen Bild bei Nike und das ist schon interessant, wie die 100 US-Dollar hier gehalten haben. Das war wirklich seit dem 17. Januar hier eine Seitwärtsphase. Wir sehen jetzt auch im MACD, dass sich das Verkaufsmomentum komplett abgebaut hat. Jetzt auch das erste Mal heute mit positiven Momentum auch ein ganz frisches Kaufsignal im MACD. Als wir das hier auf diesen Levels zuletzt generiert haben, war das dann durchaus auch ein nachhaltiges Kaufsignal. Etwas tiefer haben wir im Juni 2023 auch ein Kaufsignal generiert. Auch das hat so einer ordentlichen Rallye geführt zugegeben. Wir haben aber auch im September hier ein Fehlsignal gesehen. Da sind wir abgeprallt und dann eben nochmal abzuverkaufen. Also habt es mal auf dem Zettel. Das ist hier gerade nicht nur vom Level her interessant, sondern Nike jetzt auch mit einem frischen Kaufsignal. Allerdings muss man hier auch ganz klar dazu sagen, wir können uns hier ganz lokal noch einen kleinen Abwärtstrend einzeichnen. Und da muss Nike jetzt ausbrechen. In Kursen ausgedrückt müssen wir hier die 103 bis 104 US-Dollar zurück verteidigen, beziehungsweise zurückerobern und dann verteidigen und hier aus diesem Abwärtstrend ausbrechen. Und dann ist hier das erste Target immer der Beginn von so einer großen Kurslücke. Hier der Bereich von 109 bis 110 US-Dollar. Wenn wir dann aber mal hier eingetaucht sind, dann ist da extrem wenig Widerstand auch bis in den Bereich 122 US-Dollar. Und wie gesagt, falls es jetzt hier doch nochmal etwas tiefer gehen sollte für Nike nochmal in den Bereich runter, dann muss hier meiner Meinung nach der Aufwärtstrend halten, zusammen mit dem Bereich zwischen 96 und 92 US-Dollar. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt und Aktienanalysen. Kommen zu Puma. Aktuelle Marktkapitalisierung 5,6 Milliarden Euro. Ein aktuelles Kursgewinnverhältnis von 16 bei einer Dividendenrendite von knapp über 2%. Puma schauen wir uns zuerst mal im Wochenchart an und zwar zurück bis 2008, 2009. Hier ist das Tief der Finanzkrise, dann der restliche Chartverlauf und Puma ist jetzt seit dem Top, was wir hier gesehen haben, im Dezember 2021 in einem aggressiven Abwärtstrend. Wir haben hier zwei horizontale Levels im Chart. Das ist hier einmal der Bereich um die 36 bis 37 Euro. Das war jetzt hier auch das lokale Tief. Und das ist hier dieser Bereich, den wir im Jahr 2017, 2018 als Widerstand gesehen haben, der danach auch als Support getestet wurde. Ist hier so eine Zone, die ich im Chart habe, eben zwischen den 36 bis 40 Euro. Das ist der Bereich der aktuellen Kurse. Und drunter haben wir hier das Tief vom Januar 2018 bitte auf dem Zettel. Das ist der Bereich um 29 Euro. Und die Zielzone aus dieser aktuellen Struktur, das könnte hier potenziell eine Deep Crap sein. Wir sind jetzt hier schon abgetaucht auf neue Tiefs. Das Target für eine Deep Crap wäre tatsächlich das 161er. Und das wären dann hier sogar Levels zwischen 28 und 25 Euro bei Puma. Also wir beobachten das Ganze hier ganz genau. Ich habe die auch relativ weit oben bei mir aktuell auf der Watchlist. Und zwar, weil hier derzeit der Wochenchart überverkauft ist bereits und der Tageschart auch. Also in diesem Bereich vermute ich sehr starken Support für Puma. Und auch durchaus die Chance für eine schöne Gegenbewegung. Potenziell sogar für eine größere Bodenbildung bei der Aktie. Also habt ihr definitiv mal auf eurer Watchlist aktuell Puma. Das erste Level ist hier 36 bis 37 Euro. Und das übergeordnete Level, falls die Aktie dann hier wirklich völlig kapituliert und sich diese Deep Crap hier ausspielen sollte. Dann müssen wir damit rechnen, dass Puma sogar den Bereich anlaufen kann zwischen 30 und 25 Euro. Und jetzt haben wir hier mal im Tageschart nur den Bereich dieser potenziellen Deep Crap im Chart. Wir sehen hier wie perfekt die Aktie reagiert auf diesen 36 bis 37 Euro. Gestern war hier genau das Tief, heute ein leichtes Plus bei Puma. Aber habt bitte diesen Abwärtstrend hier auf dem Schirm. Den machen wir uns auch ganz fett in den Chart. Wir können die Aktie auch gerne in den kommenden Tagen und Wochen hier weiter beobachten. Ich finde es hier sehr interessant, muss ich wirklich dazu sagen. Aber habt hier diesen letzten Abwärtstrend jetzt auf dem Schirm. Das ist jetzt hier gerade eben von diesem Pattern die Impulswelle zur Downside. Und vor allen Dingen, falls hier die 36, 37 Euro nochmal brechen sollten, da muss man sich hier wirklich nochmal mit einem Washout auseinandersetzen. Und gerade prozentual wären das dann von hier auch nochmal bis zu 20, 25 Prozent. Was man aber dazu sagen muss und das macht jetzt hier einen Bounce aktuell durchaus wahrscheinlich von diesem Level an diesen Abwärtstrend ran. Wir haben das zuletzt hier auch immer wieder gesehen, diese kleinen Gegenbewegungen. Das wäre prozentual durchaus eine kleine Rallye um bis zu 10 Prozent. Das sind diese kleinen Rallyes, die dann eben dafür sorgen, dass der Markt nicht mehr überverkauft ist. Das ist die Tatsache, dass wir hier jetzt einen Tages-RSI sehen von 20. Die ist hier böse überverkauft bei diesen 36 Euro. Mich würde es auch nicht wundern, wenn sich hier wirklich die Leerverkäufer jetzt ein bisschen verrannt haben an diesem Level. Und dass es hier wirklich eine scharfe Gegenbewegung gibt. Aber man muss dann wirklich auf dem Schirm haben, solange wir hier aus diesem Abwärtstrend nicht ausgebrochen sind, sind hier unten diese 30 bis 28 Euro durchaus ein wahrscheinliches Szenario. Möglicherweise eben dann sogar der Washout aufs 161er im Bereich der 25 Euro. Wir bleiben hier definitiv dran. Hab als Support oder wer jetzt hier im Markt ist bei Puma, möchte meiner Meinung nach hier keine Kurse mehr sehen unter diesem Tief. Und lässt das Ganze jetzt mal laufen in Richtung Abwärtstrend. Hier könnte man dann bei 41, 42 Euro durchaus Gewinne mitnehmen. Ob es dann ein kleiner Doppelboden wird hier in diesem Bereich oder ob wir dann eben wirklich nochmal abtauchen. Das müssen wir jetzt abwarten. Für den Moment aber hat die Aktie hier extrem überverkauft. Interessanten Support getroffen. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonniere auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze. Und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.